Hallo zusammen, Aizocca hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Mephavis Monster anzunehmen bei Mephavis Geistdänzer in Warszawa an dieser Position. Quest ist angenommen. Nun darf ich mich hierhin begeben. Ich setze mir da einen Marker. Das macht man mit dem Addon TomTom. Da muss man nicht so oft nachjustieren, man fliegt einfach Quadros mit dem Pfeil mit. Und sobald ich in der Nähe vom Punkt bin, blende ich mich wieder ein. Da sieht man auch schon den Punkt, wo man hin muss. Pfeil blende ich aus und herangekommen darf man den Mob hier töten. Ist eine Elite 120er Mob, aber wie man sieht ist er angeschlagen. Looten nicht vergessen. Nun darf man nicht zurück zu Mephavis, sondern man muss zurück nach Peralus. Ich werde jetzt pfeifen und zurück nach Talavan fliegen und von dort aus SW, dann Peralus und so weiter. Wie gerade eben braucht ihr den Flug nicht zu schauen, sondern wir sehen uns wieder bei der Landung. Da bin ich schon im Landeanflug. Nun ab nach Sturmwind. Ich hätte auch einer der Umhänge hier verwenden können, aber ich weiss nicht, ob ihr sowas habt. Also mache ich es so. Und hier. Und hier. Und hier. Ich weiß es so. So, die Quest ist abzugeben bei Danis Geisttänzer in Boralus an dieser Position. Danke fürs Zuschauen, hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao!